Hallo YouTube, ähm... Heißt euch herzlich willkommen zu meinem Briten oder vierten Let's Play, ähm... Wir machen auch direkt weiter und heute sind wir nicht alleine, ähm... Hier ist noch ein Freund von mir. Ja, und, ähm... Ja, wir spielen einfach mal. Ja, warte... 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 So... Boah, das leckt... Nein... Das mach ich lieber nicht. So... So, weiter geht's. Und... Das letzte Mal sind wir... Keine Ahnung, wo stehen geblieben. Ich glaube, ähm... Ich war in der Mine. Gut. Nein, das... Das... Das war ein... Vorletzten. Let's Play. Ähm... Hier war ein Eisen. Cool. Ähm... Was soll ich machen? Gogo? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Äh, meinen. Keine Befehle. Erzähl mal was Witziges. Das ist nicht lustig. Na ja, es, äh, für uns beides ist es ein bisschen peinlich, weil wir sind wirklich, sehr neu bei YouTube, also ich, das nur mein Kumpel kennen, nein, nein, aber, ja, wir sind eben neu. Äh, Gogo, was machst du? Und? Noch was? Was noch? Ja, warte, ich mach mal Bildschirmübertragung, aber dann lag es. Also, bei mir meine ich, das ist noch viel wichtiger. Also, äh, jetzt einfach mal meinen. Also, ja, ich hab nichts zu sagen, ähm, Gogo ist eigentlich richtig lustig, ähm, in real heißt er nicht Gogo, aber ich sag seinen Namen nicht. Nein, wenn du willst, kannst du sagen, mir egal, dein Name, wieso? Wieso? Ah, ich hab's ja nicht getan, somit nicht, äh, ich hab' den, äh, das macht das nicht, was tun, oder? Das ist das, äh, das möchte ich sagen, was ich jetzt niinus ist, ich habe ja auch mit mir gedacht, dass ich wenn ich alleine bin, immer Fehler mache, aber wenn ich mit dir bin... er hat nun 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 ich habe kein Plan was ich mache aber ich will mal sagen ich bauen Haus also fast übrigens wissen schweizer er ist Italiener ich bin Russe wie gesagt Russe Italiener wo auch ein siehst du das ja Tolemu dieser Mumu ja ich weiß man verdammt ja das ist voll gut jetzt habe ich elf ich bin blöd in die Wortmacht nein genau das wichtigste Knochen auch wenn also diese Welt ein bisschen geiler ein bisschen scheiße also die Strecke ist die ja um das ist kein Mod das ist ein Plugin für den Server und habe ich noch Werbung gemacht ich habe schon gesagt dass ich paar Mods drauf habe ich habe aber keine Ahnung wie man das baut oder wie man so ein Essen macht vielleicht hat einer von euch eine Ahnung kann das in die Kommentare schreiben Gold du bist aber früh ich sagte doch es leckt bei mir leckt es noch mehr glaube ich bei denen eh mehr ich entscheide ja dann auch Optifine und Madness Mod ich habe noch viel vor aber aber keine Diaz und der Gold ich bin so vergesslich das wieder Gold vielleicht wenn ich sogar Diamanten das habe ich schon im letzten Mann ja in meinen neuen Let's Play 2 dass ich gerade online gestellt habe gesagt ich hasse solche Höhlen die so lange sind zwar findet man hier viel aber ich komme nie raus Schilder ich habe irgendwie das Gefühl ich finde doch Gold äh ich mein Diaz das letzte Mal also nicht im Let's Play aber ich habe mal 15 Diaz gefunden damit nicht um ja ich hatte keine Spitzhacken nichts kein Holz nur Diaz alles kaputt ich konnte nicht drauf bauen also konnte schon ich hatte kein Material zum Rauf gehen und da musste ich sterben Mh 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 ich bin nicht so kohle süchtig wie Gronkh deshalb verzeiht mir ich konnte kohle 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 keine Lachen ähm ja hat nichts zu tun außer meinen und dann Haus bauen und dann ja das wär's 5 Let's Place für raus äh nein ich glaub ich baue noch eine Stadt eine große Burg und eine große Stadt und dann fühle ich mich krass keine Wurruhe aber ich kann dann den diese Welt online stellen und dann ja dann gucken wir mal ähm hast du Timer gestellt Ali okay und ich hab selber nicht gemerkt aber ich habe gerade deinen Namen erwähnt ja auch das meinen sie aber ich werde die nächsten zehn Kommentare Alibaba oder sonst was boah mich wurde auch nie mehr ausgelacht weil ich weil ich ich bin die vierte verposten ich bin die ich bin die ich bin das du hast du bist ruhig 4 4 4 4 vielleicht mache ich auch noch so um Let's Play mit ihm zusammen wieso kommt die ganze Skelettin wieso kommen ich mache immer noch Fehler woher kommen die ganzen Skelette Skelette wo was was gelernt ich habe gelernt nein du sagst es äh ich hab nicht viel Sachen und für was brauche ich Redstone ich könnte man schon eine Hühner Maschine bauen für die ich ein Tutorial gemacht habe und die noch nicht kommentiert wurde egal ähm der Mann Bier suchen die zwei drei vier wir vier 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 runter die vier